Beseitige die Täuschung der Identifikation Kommentar zum 196. Vers von Viveka Chudamani Shankara schreibt Das Absolute, der Beobachter, der frei von Eigenschaften ist und nicht handelt, dessen Wesen inneres Wissen und Glückseligkeit ist, erfährt sich durch Täuschung des Verstandes als begrenztes Individuum. Diese ist nicht wirklich. Wenn die Täuschung beseitigt ist, die Täuschung aufhört, existiert sie nicht mehr, weil sie ihrem Wesen nach unwirklich ist. Das war ja die Frage des Schülers. Vor dem Hintergrund, dass der typische Aspirant sich als ewig, als Einzelseele bisher gefühlt hat, ist es überhaupt möglich, die höchste Verwirklichung zu erreichen? Ist es möglich, sich als Unsterbliches selbst zu erfahren? Und dort sagt Shankara, ja. Es ist zwar seit Urzeiten so, dass du dich identifizierst, aber jeder Irrtum kann als Irrtum erkannt und überwunden werden. Du bist nicht der Körper, auch wenn du so wahrnimmst. Du bist nicht die Psyche, auch wenn du so wahrnimmst. Du bist nicht die Eigenschaften deines Geistes, auch wenn du so wahrnimmst. Du bist nicht die Handlungen, die du getan hast, und du bist auch nicht die Pflichten, die du noch tun musst. Du bist das Unsterbliche Selbst. Du kannst dir das auch immer wieder bewusst machen. Die Vorstellung, ich bin der Körper, ist Irrtum. Die Vorstellung, ich bin die Psyche, ist Irrtum. Die Vorstellung, ich habe etwas zu tun mit Ärger und Angst, ist Irrtum. Mache dir das bewusst. Löse dich davon. Du bist das Unsterbliche Selbst. Du kannst auch anders zu dir sprechen, statt so massiv von Irrtum. Du kannst sagen, auf der einen Seite spüre ich gerade Schmerzen im Körper, und auf der Oberfläche meines Bewusstseins mache ich mir Sorgen, warum? Und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mich falsch ernährt habe. Und ich hoffe, dass ich demnächst wieder mich richtig ernähre und den richtigen Heilpraktiker oder Arzt finde. Und in der Tiefe meines Wesens bin ich jetzt und in diesem Moment sein Wissen Glückseligkeit. Ewig, unendlich, reine Freude. Und egal, was an der Oberfläche meines Geistes geschieht, egal, welche Sorgen da sind, in der Tiefe meines Wesens, eins mit der Weltenseele, reine Freude, kosmisches Bewusstsein.